1000 Euro im Monat an passiven Zusatzeinkommen, selbstverständlich, das ist möglich und ich sage euch in diesem Video, wie viel Kapital man dafür braucht. Mindestens ebenso wichtig ist es aber zu wissen, welche Unternehmen brauche ich denn dafür im Portfolio? Welche Unternehmen darf man in dieser Marktphase kaufen? Und mindestens ebenso wichtig, welche Unternehmen gehören eben nicht in ein Dividendenportfolio? Ich verspreche euch, der Wert, den ich euch da heute beispielhaft nenne, der wird vermutlich in vielen Privatanlegerdepots derzeit noch zu finden sein. Legen wir los. Wichtiges Video. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, bevor wir gleich loslegen, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für die zahlreichen Genesungswünsche. Sie haben mich auf allerlei Kanälen erreicht. Es hat funktioniert, mir geht es besser und wir können weitermachen. Also, vielen, vielen Dank dafür. Wir sprechen heute über Dividenden. Meines Erachtens kommen wir jetzt in eine Marktphase, in der es wichtig ist, die Defensive zu stärken. Ja, jeder wünscht sich natürlich maximalen Ertrag, maximale Rendite, aber Rendite und Ertrag stehen immer in einer Relation zueinander. Chance und Risiko stehen immer in einer Relation zueinander. Der Homo Economicus, so nennt man den Menschen, der maximal ökonomisch, also wirtschaftlich handelt. Den gibt es nicht in seiner reinen Kultur. Aber es ist wichtig, dass man sich im Marketing nicht blenden lässt von der Jahrhundertchance. Also beispielsweise davon ausgeht, ich kann meine langfristige Rendite dadurch maximal steigern, dass ich jetzt, dann nehmen wir mal den Jahrhundertshort umsetze. Ja, so ein One-Time-Event dann handelt und sagt, das ist die Spekulation, da kann ich mir alle anderen langfristigen Erträge für sparen. Wer das behauptet, der führt euch hinters Licht. Spekulation bin ich immer für zu haben. Aber wenn wir über langfristige Investitionen sprechen, dann ist es wichtig, gerade wenn wir eigentlich defensiv und konservativ investiert sein wollen, dann ist es wichtig, die richtigen Werte im Depot zu haben. Und ich prognostiziere es. Es gibt derzeit viele Privatanleger, die glauben, sie seien, naja, eher konservativ und defensiv investiert. Sie sind es aber nicht, weil sie die falschen Aktien im Depot haben. Ja, Chance und Risiko. Man könnte auch sagen, es gibt das Maximalprinzip und das Minimalprinzip. Bei einem Minimalprinzip habe ich ein gestecktes Ziel und ich versuche, dieses Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen. Beim Maximalprinzip habe ich begrenzte Mittel und versuche damit, das Maximale zu erreichen. Es gibt natürlich Mischformen, aber bei Chance und Risiko, die stehen immer in Relation zueinander. Und wenn ich mir irgendwie ausmale, das könnte doch ein System geben, wo ich sage, ich habe praktisch kein Risiko, aber ich kann eine maximale Rendite, also weit über der Durchschnittsrendite, die mir der Markt gibt, erzielen mit der geheimen XYZ-Methode. Ja, dann befindet ihr euch wahrscheinlich in dem semi-kriminellen, sagen wir, sehr graumarktlastigen Kryptosektor. Da gibt es solche Versprechungen. Macht das bitte nicht. Wer euch 8% safe verspricht, der sagt die Unwahrheit. Es gibt 8% nicht safe. Ja, es gibt das, was uns Staatsanleihen derzeit so bieten. Die gibt es als sichere Anlage, als sichere Rendite. Mehr nicht. Unternehmen haben allerdings, zumindest einige, über viele Jahre hinweg bewiesen, dass sie, heißt ja nicht umsonst Produktivkapital, dass sie mit ihrem Produkt, mit ihrer Dienstleistung, mit dem, was sie dort am Markt anbieten, dauerhaft es schaffen, sowohl die Dividende zu steigern, als auch im besten Fall den Kurs konstant zu halten oder leicht steigen zu lassen. Es gibt diese Unternehmen. Nicht wie Sand am Meer. Und ich zeige euch jetzt gleich zu Beginn am Bildschirm, welche Unternehmen das eben nicht sind, auch wenn es noch so verlockend aussieht. Schauen wir drauf. So, das hier sind die drei wichtigsten Regeln, wenn es um die Zusammenstellung eines Dividendenportfolios geht. Wir sprechen hier über passive Einkünfte und diese Einkünfte möchte man selbstverständlich nicht durch aktiven Handel an der Börse erzielen, indem man also sagt, mal kaufe ich dieses Unternehmen, das liefert mir eine ordentliche Ausschüttung, mal jenes Unternehmen, sondern wir sprechen hier über Unternehmen, in die man langfristig investiert ist. Und dazu muss man diese Regeln beachten. Das war in allen Marktphasen dringend notwendig, aber jetzt in diesem Umfeld ist es notwendiger denn je. Und die erste Regel lautet, vergiss die Dividendenrendite. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Top 5, also die 5 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite. Es ist kein Zufall, dass 4 dieser Unternehmen aus dem REIT-Sektor kommen. REITs, also Immobilienunternehmen, müssen einen Großteil ihrer Erträge ausschütten an die Anteilseigner, sonst bekommen sie gar nicht erst den Status eines REIT. Und deswegen sind sie so beliebt. Und es gibt selbstverständlich auch einigermaßen gesunde REITs. Und es geht nicht darum, dass man hier diese Unternehmen sofort aus dem Portfolio schmeißt, wenn mal ein oder zwei Quartale schwierig sind. Ja, für alle war das erste Quartal 2020 schlimm. Insbesondere, wenn wir über gewerbliche Mieteinnahmen sprechen. Ja, das ist doch klar, dass es hier hohe Ausfälle gab. Aber die Tendenz, beispielsweise bei Chimera Investment aktuell mit einer Dividendenrendite von 20% hier zu haben, ist diese Tendenz doch schon länger zu sehen. Und dieser Verlockung muss man widerstehen. Wenn man also einfach jetzt auf die Aktie guckt und sagt, 20% Dividendenrendite, meine Güte, in fünf Jahren bekomme ich meinen gesamten Einsatz hier in Form von Dividenden zurück, weit gefehlt. Denn das hier ist zwar ein REIT und er ist auch noch aktiv und die 20% für dieses Jahr stimmen auch. Aber schaut euch an, wie sich die Dividenden in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir sind hier auf der Seite netjills.com. Und hier sieht man, dass die absolute Dividende, also die Ausschüttung im Jahr 2009, beziehungsweise das wird die Ausschüttung für das Jahr 2009 gewesen sein, bei 3,50 Dollar lag. Ja, und jetzt sind wir bei unter einem Dollar. Und diese Kombination einer fallenden absoluten Dividende, vergesst die Dividendenrendite. Sie sagt rein gar nichts aus. Ja, die absoluten Ausschüttungen sinken und dazu noch der Kurs. Man möchte ein solches Unternehmen nicht im Depot haben, auch nicht kurz. Mit Dividendenwerten zu spekulieren, ja, meine Güte, wer Lust hat, der macht es. Das ist aber keine Strategie, über die ich heute hier sprechen möchte. Analy Capital Management, ein sehr, sehr konstanter Downtrend, Abwärtstrend hier in den letzten zehn Jahren, aktuell bei knapp unter 20 Dollar. Hypothekenfinanzierer, Immobilien und so weiter. Dividendenrendite 17,7 Prozent. Entscheidet selber. War das hier ein lohnendes Investment? Das war es nicht. Die Ausschüttungen sind gesunken in den letzten Jahren. Immerhin gibt es in den Top 5 ein Unternehmen, welches nicht aus dem Immobiliensektor kommt. Aber ihr ahnt vielleicht schon aus welchem Sektor stattdessen. Lumen Technologies hieß übrigens früher CenturyLink. Und auch der neue Name hat allerdings wenig daran verändert, dass der Kurs fällt und fällt und fällt. Und jetzt nehmen wir einfach an, jemand hätte vor zehn Jahren gekauft, ja, dann hätte es ihm herzlich wenig gebracht, dass er in den zehn Jahren zumindest achtmal eine Dividende, ich meine zweimal musste die Dividende ausgesetzt werden, aber nicht so entscheidend heute. Wir sind jetzt bei knapp unter 6 Dollar Dividendenrendite von 17 Prozent, aber dennoch natürlich absolut uninteressant für jeden langfristigen Investor. Und so jetzt machen wir noch Platz 4 und 5. voll Ellington Residential Mortgage. 7,16 Dollar. Aktuelle Dividendenrendite von 16,5 Prozent. Guess what? Auch hier handelt es sich um einen REIT. Genauso wie bei dem letzten Unternehmen AG&C Investment. Aktuelle Dividendenrendite 15,8 Prozent. Es handelt sich um ein REIT. Auch hier sind die Ausschüttungen aber gesunken und dazu der Kurs. Das heißt also, eine zweistellige Dividendenrendite kann im Ausnahmefall mal eine Chance sein. In 99 Prozent aller Fälle wird es aber keine Chance sein, sondern ein klares Warnzeichen dafür, dass man diese Aktie am besten nicht anfasst. Regel Nummer 1 haben wir. Regel Nummer 2. Vermeide schlechtes Management und oder Substanzfresser. Was ist damit gemeint? Und jetzt möchte ich mal ein Beispiel wählen, welches für einige vielleicht schon ein bisschen erschreckender ist, weil sie die Aktie im Portfolio haben. Wie immer der Hinweis, das hier ist nur mein Standpunkt, den ich aber sehr gerne mit euch teile. AT&T. Sehr beliebter Wert bei vielen Dividendenanlegern. Warum? Naja, eine aktuelle Dividendenrendite von 6 Prozent. Und die war relativ konstant in den letzten Jahren. Sie war sogar sehr konstant. Wir werden uns die Ausschüttung gleich anschauen. Und jetzt nehmen wir einfach mal an. AT&T stünde hier bei 21 Dollar, genauso wie im Jahr 2011, 2012. Dann könnten wir immerhin sagen, hey, 6 Prozent Ausschüttung pro Jahr, das war doch ungefähr so gut wie das, was mir der DAX gegeben hat. Aber kein richtiger Vergleich, weil wir hier über, in einem Fall über Kursgewinne und in dem anderen Fall über Ausschüttung sprechen. Wobei in dem DAX, den wir uns anschauen, Ausschüttungen mit drin sind. Also könnte man sogar formulieren, AT&T ist nicht schlechter gelaufen als der DAX. Warum sollte ich das Unternehmen jetzt nicht kaufen? Weil AT&T Substanz auffrisst. Weil das Management verkehrte Entscheidung getroffen hat. Es gibt im Übrigen auch Unternehmen, die jahrelang ganz gut gelaufen sind. Aber dann verhält sich vermutlich ein neues Management anders als in der Vergangenheit. Und dann muss man die notwendigen Konsequenzen ziehen. Das hier ist Boeing. Die Aktie werden einige kennen. Vielleicht haben sie auch einige im Portfolio. Und viele Jahre lang war das einigermaßen in Ordnung. Boeing hat Kursgewinne geliefert und hat darüber hinaus auch noch Dividendenausschüttungen vorgenommen. Und dann kam eine große Krise. Es gab einen Absturz. Es gab den Einbruch im Luftfahrtsektor. Es gab einige Unregelmäßigkeiten in der Bilanz. Und was hat Boeing gemacht? Boeing hat dennoch, obwohl der Gewinn eingebrochen ist, gesagt, hey, wir wollen unsere Anteilseigner doch nicht im Regen stehen lassen. Wir kaufen Aktien zurück und wir schütten auch noch eine Dividende aus. Ja, mittlerweile macht das Unternehmen weder das eine noch das andere. Warum? Weil sich die bilanzielle Situation deutlich verschlechtert hat. Selbstverständlich kann AT&T morgen auf irgendeine goldene Strategie stoßen und alles verändert sich. Stand jetzt macht es aber Sinn, zumindest AT&T kritisch unter die Lupe zu nehmen. Ihr seht es hier, Dividendenrendite 5,85%. Aber wie wird die bezahlt und wie lange kann die bezahlt werden? Darum geht es doch. Und deswegen schauen wir einmal ganz kurz. Das wird hier kein langer Ausflug in die Bilanz. Macht euch keine Sorgen. Wir schauen mal ganz kurz rein, wie ist es mit der Umsatzentwicklung. Das wird ja häufig so, ja, die Umsätze steigen schön. Irgendwann muss auch der Gewinn folgen. Wirklich? Die Umsatzentwicklung, das lässt sich mal festhalten, gibt ebenso wenig einen Aufschluss darüber, wie gesund das Unternehmen ist, wie, siehe hier oben, die Dividendenrendite. Warum? Weil natürlich AT&T theoretisch 2 Dollar an Marketingkosten ausgeben könnte, um einen Dollar zu verdienen. Ja, dann würden die Umsätze steigen. Aber unter dem Strich ist natürlich für die Dividendenausschüttung nicht entscheidend, was an Umsätzen generiert wird, sondern was unter dem Strich dann übrig bleibt. Und wir schauen hier ganz kurz auf die Dividendenentwicklung und ich sage euch sofort, warum das für mich eine gefährliche Entwicklung ist. Also in den letzten 10 Jahren sind die Dividenden immerhin leicht gestiegen. Ja, es gibt bessere Unternehmen, aber hey, konstante Einnahmen. Wir sprechen hier über Telekommunikation. Man muss ja auch mal mit weniger zufrieden sein. Wenn wir uns aber anschauen, was gleichzeitig passiert ist, also wie hat sich der Cashflow denn entwickelt, dann darf man ins Grübeln kommen. Und wenn wir uns das hier anschauen, ja, Cashflow from Operations, dann sehen wir im Dezember 2012, wir sind hier übrigens auf der Seite von Seeking Alpha, war der Cashflow in etwa so hoch wie im Jahr 2021. Ich lasse jetzt mal 22 raus, da sind wahrscheinlich nur drei Quartale bisher drin. Aber ihr seht unter dem Strich hat sich hier im Cashflow relativ wenig getan. Und wenn wir darüber hinaus uns dann nochmal die Bilanz anschauen, ja, die Balance Sheet, dann kommen wir auf den Punkt, der mir Sorgen macht. Ich gehe jetzt gar nicht mal ein, das wäre mal ein eigenes Video, was an Goodwill und Other Intangibles derzeit hier aufläuft. Also wenn man sich anschaut, Total Assets, die haben sich verdoppelt bis 2021. Also das sieht erstmal gesund aus. Wenn man aber schaut, woher diese Verdopplung dieser Total Assets kommt, dann ist es ganz wesentlich aus Goodwill und aus Other Intangibles hier zu sehen. Und das ist sowas wie Softwarelizenzen, Markenrechte und so weiter. Und das ist sicherlich der Punkt in der Bilanz, mit dem am meisten rumgespielt werden kann. Denn am Ende des Tages sind das alles Sachen, um es ganz vereinfacht zu formulieren, die ich nicht anfassen kann. Das heißt also, ich kann natürlich sagen, der Name AT&T steht für so viel Qualität, der ist mal allein schon mal 30, 40 Milliarden wert. Und ihr werdet euch wundern, wenn ihr mal genau heranschaut, denn ihr könnt natürlich in der Bilanz auch euch anschauen, wie sich die Other Intangibles zusammensetzen, was da so das ein oder andere Wert ist in so einer Bilanz. Aber das will ich Ihnen gar nicht vorwerfen. Ja, es ist absolut rechtens. Worum es geht, sind die Current Liabilities. Das sind also die Verpflichtungen, die das Unternehmen hat und die Long Term Liabilities. Und ich habe ja gesagt, ich will den Ausflug nicht zu lang machen. Das hier sind die langfristigen Schulden. Und wenn wir uns die anschauen im Dezember 2012 und jetzt aktuell, sie sind gegenüber dem Vorjahr deshalb niedriger, weil ich glaube, hier sind wie gesagt drei Quartale nur drin. Wir nehmen also das Dezember 2021. Sie haben sich nicht ganz verdreifacht. Die langfristigen Schulden haben sich nicht ganz verdreifacht, während der Cashflow einigermaßen konstant geblieben ist. Bei den Total Liabilities, also den Gesamtverpflichtungen, sieht es in etwa so aus. Und das ist eine Entwicklung, die möchte ich einfach nicht. Die will ich nicht bei einem Unternehmen in meinem Portfolio. Denn wenn die Schulden steigen und gleichzeitig, so wie jetzt, ja, das hat jahrelang war es nicht ganz so schlimm, weil die Zinsen bei Null waren. Für ein Unternehmen waren sie nie bei Null. Ein Unternehmen hat immer auf seine Anleihen eine gewisse Rendite zahlen müssen, um die loszuwerden. Aber selbstverständlich verändert sich das jetzt komplett. Und ich habe beispielsweise gerade eine Studie gelesen, sollten, einfach eine Annahme, sollten die Finanzierungskonditionen sich für AT&T so verändern, dass sie im Schnitt 7,5% zahlen müssten auf ihre langfristigen Schulden. Das wird dann passieren, wenn die Zinsen länger hoch bleiben als einige Quartale. Dann betrüge das Kursziel laut dieses Analysten 7 Dollar. Und genau das ist das Problem. Warum sollte ich so ein Unternehmen in meinem langfristigen Portfolio haben, wenn es doch anders geht? Ja, die langfristigen Schulden sind bei 152 Milliarden per Dezember 2021. Und die Marktkapitalisierung von AT&T liegt bei 135 Milliarden. Das heißt also, die langfristigen Schulden übersteigen die aktuelle Marktkapitalisierung. Damit spreche ich nicht über Insolvenz. Aber damit spreche ich über die berechtigte Frage hoffentlich, warum sollte ich denn dann dieses Unternehmen im Portfolio haben? Welches dann auch noch sagt, naja, die Dividenden, die halten wir aber konstant. Es ist ja schön und gut, aber ich möchte doch wissen, wo die Dividenden herkommen. Und wenn man sich das in der langfristigen Entwicklung anschaut, ja, sie sind leicht gestiegen. Aber ab hier steigen die Schulden ganz erheblich und die Dividenden ebenfalls leicht. Und das geht einfach nicht zusammen. Jetzt sind die Dividenden schon mal deutlich zurückgenommen worden, zuletzt. Und das ist genau die Kombination von Schulden und von Management, die ich nicht haben möchte. Und wer jetzt sagt, naja, so werden schon die meisten Unternehmen aussehen, haben ja alle unter den Nullzinsen nicht gelitten, sondern haben sich ja drüber gefreut. Wir nehmen jetzt mal den guten alten Warren Buffett Klassiker. Market Cap 264 Milliarden. Entwicklung der Dividenden ist vielleicht für den einen oder anderen nicht spektakulär genug. Aber relativ konstant einfach immer weiter gestiegen. Im Übrigen auch viel stärker gestiegen als die von AT&T. Jetzt kann man natürlich sagen, Achtung, wer aufgepasst hat, naja, aber wie sieht es hier mit Schulden aus? Wie sieht es hier mit Fremdkapital aus? Schauen wir gerne drauf. Financials, Balance Sheet und ich bin in Coca-Cola aktuell nicht investiert. Das nur als Hinweis, das ist hier gar keine Promotion. Long-Term Debt bei Coca-Cola. Das dürfte in etwas weniger, nee, in etwa ein Zehntel der Market Cap. Wo waren wir jetzt gerade? Können wir nochmal nachgucken. Ein bisschen mehr, ne? 37 Milliarden. Naja, ein bisschen mehr. 264 Milliarden Market Cap und die Long-Term Debt, also die langfristigen Schulden liegen bei 37 Milliarden. Das ist also 230 oder 223 Milliarden bleiben noch an Market Cap übrig, bei denen keine Schulden dahinter stehen. Und bei AT&T ist die Market Cap niedriger als der aktuelle Schuldenstand. Noch Fragen? Genau darum geht es. Und es ist jetzt in dieser Marktphase. Und die Zinsen werden nicht über Nacht wieder sinken. Wir werden eine Phase haben, sechs bis zwölf Monate, in der uns suggeriert wird, dass die Zinsen wieder langfristig sinken könnten. Möglicherweise. Und das wäre dann im Prinzip nochmal die perfekte Phase, um sein Portfolio auf Vordermann zu bringen. Aber es ist so wichtig, wenn ihr passive Einkommen generieren möchtet, wenn ihr ein Dividendenportfolio haben möchtet, die richtigen Werte zu kaufen. Und ich zeige euch hier noch mein Darling, wenn ihr so wollt. Noch schöner als Coca-Cola. Ähnliche Marktkapitalisierung wie Coca-Cola. Ähnliche Verpflichtungen, also die Total Current Liabilities sind sehr niedrig in Relation zur Market Cap, zur Marktkapitalisierung. Und das ist die Entwicklung der Dividenden. Auch über diesen Wert und über die Strategie, die man in dieser Marktphase anwenden muss, meines Erachtens. Es geht hier wirklich um mehr als nur ein oder 2% Rendite. Es geht hier wirklich darum, dass man, obwohl man meint, man sei konservativ investiert, über Jahre hinaus massive Verluste erleiden wird. Ja. Genau darum geht es. Und das möchte ich mit euch besprechen. Ich habe etwas vorbereitet für euch. Ich möchte euch zeigen, wie man es besser machen kann. Und wenn ihr Lust habt, von diesem Projekt zu erfahren, dann tragt euch hier gerne ein. www.lars-erichsen.de. Der Link müsste, wenn ich es nicht vergesse, auch unter dem Video stehen. Wenn ihr schon eingetragen seid für den kostenlosen Report, ja, absolut kostenlos, dann braucht ihr euch nicht nochmal einzutragen. Dann informiere ich euch auch so und zwar, ich meine, um Nikolaus herum. Also nutzt die Gelegenheit. Das ist wirklich kein Spaß, diese Regeln derzeit. Ja. Beteilige dich an Qualitätsunternehmen. Es gibt diese Qualitätsunternehmen. Es ist aber mindestens ebenso wichtig, dass man die anderen rauswirft und jetzt reagiert. Und nochmal der Disclaimer am Schluss. Das hier ist mein Standpunkt. Es geht hier nicht um einzelne Unternehmen, sondern es geht hier um eine grundsätzliche Herangehensweise. Wer heute sagt, ich baue mir ein Immobilie, Entschuldigung, ein Dividendenportfolio und da bekomme ich zwölf Prozent raus. Völlig verkehrte Herangehensweise. Du kriegst die zwölf Prozent ja auch mit einer Coca-Cola. Wie? Das sage ich dir jetzt im Schlussfazit. So, was darf man denn derzeit an passiven Einkommen welchem Investment erwarten? Jetzt seid bitte nicht enttäuscht. Wartet ganz kurz. Nach zwei Minuten wird klarer, worum es mir geht. Nicht acht Prozent, neun Prozent oder zehn Prozent. Es gibt keine Dividendendepots, bei denen ich durchweg Qualitätsunternehmen habe, in die ich dort investiere, die mir dazu noch eine Dividendenrendite von zehn Prozent investieren. Meines Erachtens liegt es derzeit, wenn wir wirklich über Top-Unternehmen sprechen, bei denen man davon ausgehen kann, dass sich nach zehn Jahren auch der Aktienkurs selber positiv entwickelt hat. Meines Erachtens sprechen wir derzeit über grob drei Prozent. Sollten sich die Börsen in den nächsten Monaten schwächer entwickeln, dann gibt es natürlich noch den einen oder anderen Wert ein bisschen billiger und dann verändert sich vielleicht auch diese Rendite. Drei Prozent heißt für 1.000 Euro passives monatliches Einkommen. Wir lassen jetzt mal die Steuern außen vor. Klar, die müssen bezahlt werden. Brauche ich rund 400.000 Euro. Für 40.000 Euro gibt es dementsprechend dann 100 Euro im Monat. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, diese Unternehmen entwickeln sich in etwa so wie Coca-Cola. Und es gibt durchaus Unternehmen, die sich sogar noch besser entwickelt haben. Dann sprechen wir jetzt über drei Prozent. Aber in zehn Jahren sprechen wir dann bereits über sechseinhalb Prozent. In 20 Jahren vielleicht über zehn Prozent. Zehn Prozent Dividendenrendite auf meine ursprüngliche Einlage. Das ist es ja. Die richtigen Unternehmen, die stellen ja was an mit dem Geld, was ihnen zur Verfügung steht. Das ist nicht das Geld, was ich für die Aktie bezahlt habe. Das habt ihr an den Verkäufer geliefert. Aber was ich damit sagen will, diese Unternehmen, die wachsen ja einfach immer weiter. Und wenn wir die Kursgewinne mit hinzuzählen würden, machen wir nicht. Es geht hier nur um die Ausschüttungen. Dann wäre die Rendite noch deutlich höher. Aber diese Ausschüttungen können ja sehr attraktiv sein. Bleiben wir beim Beispiel, zu guter Letzt, von Coca-Cola. Warren Buffett hat bei Coca-Cola eine Dividendenrendite von rund 75 Prozent auf sein ursprüngliches Investment. Ja, je nachdem, wie sich die Dividende entwickeln wird, wird er also irgendwo in den nächsten Jahren dann bei 100 Prozent landen. Das heißt also, er hat damals Coca-Cola gekauft zu, ich meine, 2,50 Dollar in etwa. Und wenn heute die Ausschüttung 1,80 beträgt, ja, dann sind wir eben bei 75 Prozent in etwa. Und wenn sie dann irgendwo bei 2,50 Dollar ist, dann bekommt er jedes Jahr wieder das, was er eben beim ersten Kauf bezahlt hat. Und das macht diese Unternehmen eben so attraktiv und das macht sie so interessant, dass ich nicht jeden Tag Zeitung lesen muss und den Kursteil mir durchschauen muss. Was ist gerade mit meinem Unternehmen los? Durch die Konjunktur hindurch, durch die Krisen hindurch, verdienen diese Unternehmen ihr Geld. Davon gibt es aber eben nicht allzu viele. Und es sind ganz sicherlich nicht die, die ihr jetzt mit einer Dividendenrendite von 9, 10, 12 oder 15 Prozent bekommt. So, das war's für heute. Denkt dran, wenn ihr mehr zu dem neuen Projekt wissen möchtet, dann tragt euch ein für den Report. Kommt jeden Mittwochmorgen, ist absolut kostenlos. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und ich hoffe, ich kriege nicht zu viel Hauhe dafür, dass ich AT&T hier heute so kritisch besprochen habe. Aber das ist mein Standpunkt und ich glaube, er ist richtig. Ich grüße euch ganz herzlich. Bis dann und ciao.